So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr seht richtig. Ich habe ja letzte Zeit so viel was von Lego angeboxt, habe ich mir gedacht, mache ich jetzt mal was ganz anderes und zwar Playmobil. Ja, ihr seht richtig, das brandneue aktuell Playmobil Magazin Nummer 1 2019. Ja, Comics, Rätsel, Spiele, Spaß und natürlich eine Playmobil Figur. Spezialagent mit einer Eislaserpistole, richtig cool und das ganze für 4,50 Euro. Der Preis finde ich jetzt nicht so wirklich berauschend, aber nichts so trotz, es gibt ja Playmobil Figuren, die sind eben etwas teurer, deswegen sage ich mal top. Ihr schreibt mir natürlich eure Meinung in die Kommentare, aber jetzt öffnen wir das brandneue und aktuelle Playmobil Magazin Nummer 1 2019. Und wie gesagt, und nur hier gibt es den Spezialagenten, ihr seht es schon, mit einer Eislaserpistole. Die ist richtig groß, wie ihr seht. Und ihr wisst ja, ich packe sie nicht aus. Ich habe so viele davon noch, weil dann sind sie neu, hochwertiger. Und wenn ich mich doch mal irgendwann dafür entschließe, sie mal auszupacken oder verkaufen, weil Playmobil ist nun mal nicht meine Welt, dann kann ich es machen als neuwertig. Und ihr seht, die Playmobil Figur an sich hat einen richtigen, coolen Druck. Ein Leuchtarmband, eine Leuchtscherpe und hier oben so ein Leuchtpunkt, eine Brille, die man runterknacken kann und natürlich die Eislaserpistole. Richtig groß und wuchtig. So, jetzt schreibt ihr mir die, die diese Figur schon ausgepackt haben und alle anderen natürlich auch. Wie findet ihr sie? Was haltet ihr davon? Und, und, und. Aber jetzt blättern wir mal natürlich in das brandneue aktuelle Magazin wieder rum. Und wie gesagt, Playmobil mache ich nicht so oft, aber ich mache es. Dann ist er natürlich das Playmobil Comic. Hier seht ihr die Figur nochmal, wie sie aussieht. ist eigentlich eine richtig schöne Playmobil Figur. Muss man ja echt sagen. Aber dann natürlich die Comiqueinlage. Kreuzworträtsel, also Rätsel Spaß. Nicht Kreuzworträtsel, sondern Rätsel Spaß. Dann natürlich ein Poster. Schauen wir uns natürlich jetzt mal an. Ah, natürlich von den Agenten oder Spezialagenten. Und ihr seht schon, da gibt es einiges. Motorboot, Rennboot, ein Speedboot. Es gibt wohl einiges über diese Spezialagenteneinheit. Wer natürlich sich genauer auskennt, schreibt es mir in die Kommentare, für mich und alle anderen. Weil, wie gesagt, Playmobil ist nicht so meine Welt. Hier scheint ein Unterwasserboot von ihm zu sein. Scheint wohl eine neuere Geschichte zu sein. Dann haben wir Playmobil Fans. Och, da guckt mal, es gibt jetzt einen Sheriff. In das Playmobil nächste Magazin. Ein Cowboy, also ein sogenannter Sheriff. Ja, vielleicht... Ich weiß es nicht, ob ich es unboxen werde. Vielleicht mache ich das. Also, das war das brandneue und aktuelle Playmobil-Comic-Rätsel-Spiele-Spaß Nummer 1 2019. Mit einem Spezialagenten und einer Eis-Laser-Pistole. Wie gesagt, ich lasse eingepackt. Einige kennen das. Meine ganzen Videos ja davon, von den Playmobil-Figuren, sind bei mir alle eingepackt, weil ich damit nicht spiele. Ihr schreibt mir natürlich jetzt alles in die Kommentare, über das Magazin, über die Serie, über die Figur, wie ihr sie findet, was ihr davon haltet. Ich versuche natürlich, irgendetwas, was ich natürlich finde, über die Spezialagenteneinheit, unter ein Video zu verlinken, wo ihr es sicher und bequem bestellen könnt. Das auf jeden Fall. Günstiger müsst ihr immer wieder reinschauen. Ansonsten war es das mal wieder und sage ich deshalb, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.